Ja, ich bin sehr glücklich, wie immer, als ich immer wieder zurückkomme. Es ist ein großer Honour für mich und ich bin froh, dass ich hier bin. Ja, die Kampagne ist gut für alle Athleten. Aber ich weiß auch meine Plätze in den Superheaglen. Ich respektiere, was Noa Bali hat getan für das Land und Afghans gemacht. Ich warte auf und warte, was Zeit dauert. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man zu viel verändern. Aber wir sind sehr familiar mit Augustin. Wir sind glücklich, dass er zurück ist. Wir kennen ihn, alle von uns ihn bereits. Es wird nicht neu sein. Wir sind familiar mit seinem Arbeit. Ich freue mich, dass er wieder unter ihm trainiert. Ja, natürlich. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, seine eigene Trainings-Style. Aber wir glauben alle in Augustin. Wir haben das vorher schon gemacht. Und jetzt, wenn er zurückkommt, werden wir das wieder. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen auch folgen, was er uns sagt. Wir müssen uns sagen und sagen. Es geht um uns zusammen. Erstens. Ich bin dankbar und dankbar für die Möglichkeit, die Udinese mir gegeben hat. Natürlich bin ich sehr glücklich mit dem Vertrag. Ich glaube, es ist etwas, was ein Klub kann dir geben, wenn du gut machst. Ich bin froh, dass sie mir das offerten. Und ich bin froh, dass ich bei Udinese bleiben muss. Ich fühle mich da. Ich fühle mich da. Ich bin sehr verbunden mit den Fans. Wir haben große Pläne diese Saison. Ich habe nie wirklich wirklich in persönlichen Kontakt mit ihnen. Ich hatte das Honour und das Privilege zu sehen. Ich bin froh, dass ich von Vincent einen Tag gesehen habe. Aber ich würde natürlich gerne mehr über die Legendary unserer Lande sprechen. Vincent und Yama waren der Nigeriener hervorragend. Es wäre ein Honour und ein Freude, ihn zu sprechen. Wir wünschen uns schwerer Spieler. Wir wissen, dass es nicht leicht ist, hier in Afrika zu spielen. Jeder Spiel ist schwierig. Wir müssen gut vorbereitet werden und fokussiert werden, um den Job zu machen. Denn das sind wichtige Spiel. Wie du sagst, wir sind auch mit ihm familiar. Ich habe meinen Debut unter Ganot-Raw gemacht. Es ist sehr speziell, jetzt auf der anderen Seite zu stehen und zu spielen gegen ihn. Aber ich bin froh, dass Augustin uns sehr gut vorbereitet. Und deswegen gibt es keinen Angst. Aber Gennot-Raw weiß viel über uns. Vielleicht hat er seine Pläne. Aber wir werden bereit sein und bekommen die Verteidigung. Wir brauchen sie. Wir müssen das alles zusammenfassen. Wir geben ihnen die Verteidigung, die sie wollen. Und wir sind alle in dieser Situation.